In the midsummer, for a guy like you, it's usual to fly to the next rave planet. The whole surface is one speaker. The DJ is floating in the middle of the crowd. And with telepathy, he is feeling what the people want to hear. This, my friends, is science fiction. Hallo, ihr Hübschen. Ich bin der Taucher. Und ich möchte euch recht herzlich einladen, heute Nacht in den Moon Club nach Frankfurt zu kommen, auf Thalas We Love Techno Club Party. Ich werde dort mit ihm gemeinsam das Ende zelebrieren, ab 5 Uhr bis etwa 7 Uhr oder so. Und ich freue mich ganz besonders, endlich mal auf dieser legendären Kanzel aufzulegen. Ja, das hat ja der Veth damals gebaut. Und ich glaube, er hat mir zugehört, als ich damals in meinem Science Fiction Lied schon davon sprach, dass es toll sei, in der Mitte der Crowd zu fliegen und dass die ganze Oberfläche der Wände ein Lautsprecher wäre. Und genau so hat er es dann gebaut. Und da legen wir heute Nacht auf mit ganz vielen anderen Megastars. Ich freue mich total, bin schon leicht nervös. Das hört ihr an meiner Stimme. Auf jeden Fall freue ich mich auf euch und mit euch gemeinsam eine fette Fete zu feiern an diesem heiligen Tag. Auf jeden Fall freue ich mich auf euch und mit euch in den nächsten Mal. Und wenn ihr Hunger habt, ihr probiert den deliciousen T-Bone Pill.